Hallo zusammen und willkommen im MUZ! Ich bin Claudio Gappellerico, Co-Direktor des Jazzvereins MUZ. Zusammen mit dem Start-Ticket freue ich mich, dass ich euch unser neues Projekt MUZ Digital Concert Club vorstellen darf. Kommt mit! Das MUZ im Zürcher Schiffbau kennt ihr alle. Uns gibt es seit bald 30 Jahren. Wir machen etwa 350 Konzerte in der Stilrichtung Jazz und Jazzverwandten Stilrichtungen. Vor zwei Jahren haben wir den Laden umgebaut und haben uns gefragt, mal abgesehen von allen schönen Sachen, schönere Bar und neue Anlagen usw., haben wir uns als Musikerverein gefragt, was können wir machen, um unsere Künstler in die Welt rauszutragen. Was können wir machen, damit unsere Musiker nicht nur einfach ein Konzert performen, sondern eben nach dem Konzert auch noch von diesem Inhalt profitieren können. Aus dieser Überlegung heraus ist der Digital Concert Club entstanden. Das ist im Grunde genommen eigentlich der zweite Arm von MUZ, den wir digital auf unserer Bühne laufen und möglicherweise in Zukunft auch noch andere Projekte, die nicht auf unserer Bühne laufen, können über eine zusätzliche Webseite, die heisst MUZ.digital vermarkten. Und hier drin, wo wir jetzt sind, das ist das Herz der Produktion. Hinter mir seht ihr auf diesen Bildschirmen, all diese kleinen Bildschirme, das sind zwölf Kameras, die der Videodirektor, der da sitzt und live das Konzert gerade schneidet. Auf meiner linken, das seht ihr jetzt nicht, ist ein zusätzliches Tonpult, wo ein zweiter Toningenieur sitzt, wo ein gemastertes Audiosignal vom Konzert produziert. Das bedeutet, dass wenn man ins MUZ kommt und unten ist, hat man das Konzerterlebnis, wie man schon immer gehabt hat. Man sieht keine Kameraleute und wenn man eben nicht im Club ist, sondern eben sonstigen nimmts auf der Welt, kann man das Konzert live und nach dem live dann an Demand auch noch anschauen. Die Qualität ist, wie ich schon gesagt habe, 2K. Das, was man sich gewöhnt ist, aus der Broadcast-Welt zu sehen, in perfekter Qualität. Mit dem Stereo-Sound ebenfalls in perfekter Qualität. Und so nach dem Konzert haben wir dann nicht nur das Live-Erlebnis im Club, sondern ein bleibendes Erlebnis, das wir langfristig brauchen können. Als Jazzverein, als Musikerverein ist es für uns wichtig gewesen, dass man den Musiker substanziell an den Revenues beteiligt. Damit man die Produktion auf MUZ Digital anschauen kann, braucht es ein Abo. Das Abo kann man auch auf der Star-Ticket-Webseite beziehen und das berechtigt einem zu 30 Tagen, also ein Monat oder ein Jahr online alle Konzerte, die live sind, plus die ganzen Archive zu schauen. Und da muss man sich überlegen, was sind denn die Archive? Pro Jahr kommen etwa 200 bis 250 Konzerte dazu. Also in ein paar Jahren hat man tausend Konzerte bereits, die in voller Länge jederzeit zur Verfügung stehen. Der Künstler hat darüber hinaus noch die Möglichkeit zu sagen, ja, mein Konzert kann man auch noch weiter lizenzieren. Und da damit garantieren wir am Künstler nicht nur einfach die Revenues, die wir generieren mit den Subscriptions, also mit den Abos, die wir auf MUZ Digital machen, sondern man könnte das Konzert auch anderen Fernsehstationen, Radiostationen, Web-Content-Egregators, wenn man immer weitergeben. Und da damit sein, das Konzert, das der Künstler gemacht hat, nicht nur, wie schon in den letzten 30 Jahren mit den Gagen entlöhnen, sondern langfristig auch für den Musiker oder für die Band mehr Revenues generieren. Und das entspricht vollumfänglich dem Spirit, den der Jazzverein Mutz in den letzten 30 Jahren verfolgt hat.